Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von Arm Hiring Ray. Wir spielen Super Mario Galaxy 2 weiter und ich glaube heute können wir in eine ganz besondere Welt gehen oder vielleicht täusche ich mich auch, ich weiß nicht genau. Wir gehen hier mal weiter und gucken, was passiert, wenn wir diesen Durchgang freisprengen. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen, das ist cool. Und jetzt können wir Bowser Juniors Flammenflotte entflammen. In Flammen setzen, wir können zerstören, wir können vernächtern, vernächtern, dap 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 dap. Ja, wir gehen jetzt einfach mal dahin und hauen Bowser Junior die Hucke voll. Cola Carambolus Bauchringkur. Wer ist Cola Carambolus? Ich weiß es nicht, er hat einen coolen Namen. Gut, Bowser Juniors geheime, super tolle, epische, mega Festung. Wir haben glaube ich die Kometenmünze schon gesehen. Das ist die Kometenmünze da über dem Wump? Eventuell ist sie das. Oh, guck mal, wie er auch schöne Statuen von sich selber hat machen lassen. Jetzt mal, also wie kann Bowser das alles so finanzieren und zulassen und ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Irgendwie, da müsste doch auch mal, die müssten da doch, auch die Gefolgsleute von Bowser, müssten doch dann gewissermaßen irgendwie mal so einsehen, dass das alles vielleicht manchmal ein bisschen zu viel ist. Vielleicht tun sie auch mal irgendwie zwei Schlösser weniger im Endeffekt. Die werden ja von Mario sowieso immer zerstört, wenn wir ganz ehrlich sind. Also nicht immer zerstört, aber meistens, oftmals werden sie zerstört, oder? Ich glaube zumindest schon. In Super Mario World war es ja ganz besonders krass, weil da hat ja der gute Mario mal so richtig zugelangt, um die alle dermaßen kaputt zu hauen. Äh, das war doof, aber man kommt darauf, oder? Ich glaube, dass man dorthin aufkommt. Dies entsprach vollkommen der Wahrheit und schon habe ich die Kometenmünze eingesackt. Gut, dann wäre das schon mal die halbe Miete. Jetzt können wir noch dazu diesen wunderbaren Durchgang hier aufsprengen. Haben die so ein Bildhauer oder sowas im Koopaland? Der Knochen trocken! Wee! Oh, Knochen trocken! Warum bist du nicht mehr so ein cooler Fahrer in Mario Kart 8 wie noch in Mario Kart DS? Moment, gibt es Knochen trocken überhaupt in Mario Kart 8? Ich bin jetzt gerade so ganz kein bisschen... Gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ich glaube, er wurde wegrationalisiert. Warum bist du kein Fahrer mehr in Mario Kart 8? Verstehe ich nicht. Knochen trocken war so cool in Mario Kart DS und so. Kann sich noch irgendjemand daran erinnern? Er war zusammen mit Yoshi jedenfalls einer der besseren Charaktere. Aber da haben auch gewisse Dinge einfach noch anders funktioniert. Da kam nicht alles auf die Schwergewichte an. So, was ist das hier? Kleiner Tipp. Dreh dich im Sprung, wenn du nur wenig Platz zum Landen hast. Soll ich es dir? Nein. Na gut, das schaffst du auch allein. Ich brauche diese ganzen Fernseher nicht. Wer hat die überhaupt dahingestellt? Überhaupt und sowieso. Kleiner, süßer Karmik. Du machst hier ganz viel Kladderadatsch und du schaffst einfach so ein paar Koopas. Äh, Quatsch, Koopas, Goombas. Das ist ja... Moment, ist es überhaupt Karmik? Oder war das... Es gibt ja nur den einen Karmik. Aber dafür gab es Kemaks, die irgendwie zaubern können und so. Und auch seinen Job übernehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber jetzt haben wir in jedem Fall mehr Lebensenergie, was helfen könnte, um hier weiter voranschreiten zu können und eventuell einen Bossgegner kaputt zu hauen. Insofern es hier so etwas gibt wie einen Bossgegner. Wahaha, bist du also wirklich so weit gekommen? Dieses Wahaha, klang jetzt mehr wie Vario, aber naja. Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Cola Carambulus, dein Abendessen ist fertig. Aber denk dran, auf deine Bauchringe aufzupassen. Hm. Der Tipp hätte jetzt... Also... Das hätte jetzt nicht sein müssen. Cola Carambulus ist also... Oh. Es ist tatsächlich eine... Eine normale Lebensform, die lebt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir gegen irgendetwas Maschinenmäßiges antreten müssen. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Vielleicht war das mehr ein Mario Galaxy 1, wo man gegen etwas Maschinenmäßiges gekämpft hat. So, okay. Bauchringe. Ich verstehe das Konzept einigermaßen. Einigermaßen. Ähm. Ja. Du kannst ganz toll futtern. Das machst du super. Super machst du das. So, okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und die Batterieanzeige in meiner Wii-Fernbedienung ist am Austicken. Weil ich irgendwie nur noch wenig Saft habe. War aber schon mal ganz gut bis hierhin, glaube ich. Äh. Ja. Schlag dir nur dein Wanst voll. Versuche es. Versuche es. Und jetzt wieder... Genau. So eintauchen. Okay. Und jetzt müsste ja irgendwo hier dann mal sowas kommen wie... Aha. Und... Scheiße. Ja. Nicht so ganz. Doch. Irgendwas habe ich betroffen jetzt zum Schluss. Aha. 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 Kann ich hier noch... Ah. Hätte ich hier einen Sprung erwischen können? Vielleicht ja. Vielleicht nein. Ich weiß nicht. Ups. Die Dups. Ja. Okay. 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 Cool. 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 sah jetzt schon fast souverän aus. Etwas, was man nicht unbedingt gewohnt ist, wenn man meinen Let's Plays verfolgt, aber ja, das hatte gerade viel Schönes. Ich wurde auch nicht mal großartig getroffen oder so und kann jetzt diesen wunderbaren Powerstern der unfassbar großen Größe einsammeln, um damit das Tor in eine neue Welt zu öffnen oder so. Ich glaube, darauf läuft das Ganze ein ganz klein wenig hinaus. Das ist im Endeffekt das, was man am ehesten noch diesem Spiel hier vorwerfen kann, oder? Das ist ein bisschen zu lineal, also von optionalen Sternen mal abgesehen, aber man muss halt die und die Route gehen tatsächlich, um irgendwie das Finale zu erreichen. Ein Weltentor wurde geöffnet. Andererseits ist es ein sehr klassisches Konzept. Nintendo wollte es so. Du hast eine Kometenmünze erhalten. Das ist gut. Ich habe viele Sternenteile. Auch das ist gut. Ich habe ein paar Münzen. Das ist brauchbar. Du hast es geschafft. Du hast deinen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Und was ist, wenn wir jetzt in einem ekelhaften Wurmloch landen und unsere Körper elendiglich in die Länge gezogen werden, bis wir auseinanderfallen und alles irgendwie gar schrecklich und schlimm ist und wir jämmerlich sterben? Ich habe gehört, dass solche Dinge in Wurmlöchern passieren können. Aber zugegebenermaßen können vermutlich nicht viele Menschen darüber sprechen, weil wer landet schon irgendwie in einem Wurmloch in seiner Freizeit? Wow, sieh dir das mal an. Eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus. Du bestimmst den Kurs. Nein, tue ich nicht. Ich folge einfach nur diesem Pfad hier und lande jetzt gezwungenermaßen in der Puzzleplanken-Galaxie, weil nur hier geht es wirklich weiter. Gut, ich möchte fliegen. Ich möchte nicht niesen. Oh Gott, auch wenn es gerade furchtbar in der Nase kribbelt. Ja, Puzzleplanken-Galaxie. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Oh, Bilderrätsel. Bilder haben mittlerweile eine lange Tradition in Super Mario. Wir erinnern uns nur an die wunderbaren Bilder in Super Mario 64, durch die wir dann durchspringen konnten, also die Gemälde vielmehr, um dann in die Welten hinein zu gelangen. Ich kann mich auch noch an irgendwelche Bilder in Super Mario 3D Land erinnern, aber das war dann mehr so eine Sache aus irgendeinem Geisterhaus. Da hatte das mit dem Rätsel irgendwas zu tun. Was ist jetzt der Gag hier? Bringt das irgendwas, wenn ich diese ganzen Sachen hier so reinstopfe? Das bringt doch gar nichts, oder? Ist da oben jetzt die eine Fragezeichenbox einfach so aufgetaucht, oder? Äh, ne. Ich glaube, du warst auch schon vorher da. Huiiii. Huiiii. Äh. Huiiii. Das bringt doch gar nichts. Oder ich drück den Knopf falsch. Gedrückt halten bringt nichts. Entweder mein Timing ist echt miserabel, oder ich verstehe es nicht. Moment. Ups. Na, jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen höher bin ich gesprungen, aber so richtig rankommen, tue ich trotzdem nicht. Äh? Das verstehe ich nicht. Achso, ne, Moment. Äh, vielleicht. Huiiii. 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 Äh. Huiiii. Weiß es nicht. Also es sieht nicht hundertprozentig falsch aus, aber so richtig richtig halt auch nicht. Deswegen lassen wir das. So, was hier los? Kleiner Tipp. Drücke in der Luft Z, um eine... Ah. Um eine Stampfattacke auszuführen. Ich zeig dir... Nein. Na gut, das schaffst du auch allein. Okay, ich hab's verstanden. Stampfattacke. Aha. Das war gut. Und das... Bringt mir jetzt was? Ah. Okay. Interessant. Der olle Wiggler. Der Wiggler an sich. Ein sehr friedvolles Wesen, wenn man ihn nicht gerade zu Tode ärgert. Äh. Ich hätte eigentlich furchtbar gern noch die anderen Schalter hier aktiviert. Uh, ist er aggressiv. Uh, will der es wissen. Uh, warum ist das denn so? Die fallen ja voll auf ihren Rücken, wenn sie einmal von meiner Stampfattacke naschen. Och, Mann. Ach, Mann. Scheiße, ich war zu langsam. Aber die Musik war schön. Super Mario World. Ah, ich mag dieses Konzept der Noten total. Haben sie ja in Mario Galaxy 1 eingeführt und gibt's vielleicht auch nur noch hier in Mario Galaxy 2. Ich weiß nicht genau. Aber die Idee ist voll schön. So alte Mario Melodien dann nochmal so auf die Art und Weise zu bringen. So, dass man sie eben vollständig hört, wenn man einmal komplett über... Ja, wenn man einmal komplett jetzt alle Noten eben einsammelt. Aber, naja. Hallo, wer bist denn du? Ich bin so hungrig. Gibst du mir 70 Münzen bräuchte ich an der Stelle. Oh, wie wäre es, wenn du 70 Münzen findest und zu mir bringst? Okay. Wie sollte ich jetzt an der Stelle schon 70 Münzen haben? Hat das was hier mit zu tun? Vielleicht. Moment. Das hier sieht aus wie... Ja. Das hier sieht aus wie... Du kannst hier ganz viele Münzen einsammeln, wenn du dich nicht gänzlich dumm anstellst. Ups. Und... Leider habe ich ein Talent darin, mich gänzlich dumm anzustellen. Naja, fast. Kriege ich hier auf diesem Planeten noch acht Münzen zusammen? Vielleicht im hohen Gras? Ich sollte nur aufpassen, dass mich kein Pokémon angreift. Dillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill schenkst mir auch Münzen. Vier noch. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Das ist wundervoll. Okay, optional am sterben. Here we come. Ich bin so hungrig. Gibst du mir, wenn nicht. Aber sicher. Oh, fein. Ich habe gerade einen solchen Kohldampf drauf. Om nom 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 nom. Muss doch voll ungesund sein eigentlich, oder? Das ist Hartgeld. Wer will denn bitte schön Geld essen? Geld ist zum Zählen da. Geld ist zum Drinnen-Baden da. Aber Geld ist doch nicht zum Essen da. Verwandelung. Lung, lung, lung. Wee. Ein neuer Planet wurde geboren. Sieht nur ein bisschen aus wie der Baum aus Kirby. Also so von der Seite sah gerade so aus. Wie stumpf, stumpf. Oder Wispy-Woods, je nachdem. Ähm. Wee. Ja, bis hierhin alles in Ordnung. Und schon ändert sich das Setting der Welt hier eigentlich komplett. So herbstlich auf einmal. Was bist du denn? Iiii. Ein riesengroßer Iiii-Käfer. Der Fui-Fui macht. Ähm. Ups. Der Fui-Fui macht. Was mach ich denn jetzt mit dir? Ups. Ich glaube... Ja. Ich glaube, ich hätte auf seinen Rücken springen müssen. Damit irgendetwas ganz und gar Magisches passiert. Und vielleicht sollte ich auch dazu übergehen, auf seinem Rücken eine Stampfattacke zu vollführen. Das wäre jetzt aber nur so... Mein Gedanke. Bäm. Käfer-Tot-Klatschen. Iiii. Na... Ach. Nö. Muss das denn sein? Warum... Warum haben olle Käfer so Flügel und so? Warum können die fliegen? Das ist widerlich und sollte verboten werden. Blups. So. Okay. Aber ich wette für... Käfer sind Menschen auch widerlich. Deswegen passt das schon. Bäm. Weil wir sie immer einen Tod machen und so. Und irgendwie... Das Leben als Käfer muss echt blöd sein. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie viele Insekten davon tatsächlich mitbekommen oder so. Oder... Inwieweit... Das ist halt immer so eine Frage, ne? Wie... Wie viel Gehirn in so einen kleinen Körper passt. Oder ob nicht im Endeffekt doch irgendwie alles nur Instinkt ist. Oder wie auch immer. Oder... So eine Mischung aus Gehirn. Haben Insekten überhaupt nachweislich ein Gehirn? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich mit sowas nicht aus. Im Endeffekt will ich es vielleicht auch gar nicht wissen. Aber... Äh... Ja. Ihr wisst so einigermaßen vielleicht, was ich meine. Äh... Ich mein... Da gibt's ja... Alles im Endeffekt kann irgendwie so eine Art Persönlichkeit haben. Und so. Und man sollte... Man sollte keine armen kleinen Lebewesen tot klatschen. Nur weil man größer ist. Außer sie... Nerven. Wie olle Mückenviecher oder dergleichen. Dann kann man das vielleicht schon mal vertreten. Aber ansonsten... Äh... Man sollte keine Viecher tot klatschen. Nicht so wie Mario es gerade getan hat. Das war gerade ein Verbrechen an der Natur. Was wir quasi begangen haben. Ich jetzt stellvertretend. Aber... Naja... Okay. Es musste sein. Er ließ mir keine andere Wahl. Du hast einen geheimen Sternengefühl erhalten. Uns stinkt der Stinkkäferkönig. Mhm. Er hat gestunken. Aber... Jetzt haben wir ihn für den Moment einfach mal beiseite geräumt. Raumschiff Mario kann noch weiter fliegen. Wäre bestimmt eine super tolle Idee. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir einmal an. Galaxienkarte geändert. Hast du diesen Toad gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Habada-ba-da. Post und Brief. Worum geht's denn da? Geh mal rüber und sprich ihn an. Dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Okay. Dein Spiel wurde gespeichert. Ich rede mit dir. Hi, wer bist du? Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nun ein Brieftot. Aha. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Das ist ja wie in Super Mario Bros. 3 auf dem Nintendo Entertainment System. Da hat er auch mal Briefe geschrieben. Diesem Brief lag ein One-Up-Pilz bei. Äh. Was nicht gespeichert wird. Ich liebe es. Selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin auch wunderbar, fürsorglich, berührend. Also dann bis zum nächsten Mal. Cool. So. Ich möchte, äh, einzahlen. Hallo, ich bin der Lagertode. Dank mir kannst du einfach und lagern und lagern und wenn du allein und überhaupt nimm diesen Bonus, da du, boah, fünf Sternendinger, wuhu. Dann jetzt bitte mehr Sternteile lagern. Äh. Alles einlagern, was wir haben. It's over 2000. Okay. Das sind ganz schön viele Sternteile. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Wie wäre das für, schon wieder ein One-Up-Pilz. Hä? Jemand könnte mir die Blups stibitzen. Daher trage ich jetzt diesen Schild. Wäre ja nur nicht so schwer. Interessant. Verändert er noch weiter sein Aussehen? Je mehr ich, je mehr Sternteile ich bei ihm bunkere. Irgendwann steht er da mit einem fetten Raketenwerfer oder so. Irgendjemand könnte mir die Sternteile ja stibitzen. Hoppadabadab. Wäre irgendwie interessant. Was warst du nochmal für einer? Wenn du das Spiel verlassen willst, drücke auf einer langen. Okay, alles klar. Ja, ist eigentlich auch ein ganz guter Hinweis. Ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich das Spiel speichern und beenden. Und dann setzen wir unsere lustige kleine Super Mario Galaxy 2 Tour beim nächsten Mal fort. Wir haben noch viel zu tun in diesem Spiel. Bis hierhin ist es erstmal okay. Aber die schlimmsten Sachen kommen ja auch noch. Wie es halt meistens so ist. Ich sag für den Moment dann aber trotzdem erstmal wieder tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz ganz bald.